Ich bin ein bisschen blutig, aber es ist deswegen ein Langhorn, den ich gerade zähme. Es hat eine extrem lange gedauert, bis ich die mal betäubt bekriegt habe. Ich bin auch mehrmals gestorben, davon abgesehen, ich zähme mir den jetzt hier gerade und wollte euch das mal zeigen, wie das aussieht, wenn der hier so liegt. Ich habe vorher auch schon, ich habe vorher noch eine Hygiene gezähmt gehabt, die ist leider verregt, weil so ein blöder Panther da angeschissen kam. Und meinte, sich da irgendwie einzumischen, aber mein Gott, es gibt schlimmer was. So, ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen aufholen. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Was brauche ich denn dafür? Pasern. Okay. Gut, das kann ich zu Hause operieren. Das ist immer wichtig. Vielleicht komme ich noch dazu, wieder eine neue Hygiene zu ziehen. Wäre natürlich cool. Aber die sind gar nicht mal so schlecht. Mal kurz gucken. Kann ich jetzt schon? Nein, kann ich noch nicht. Ja, was kann man mit den Langenhorn machen? Ganz einfach, man kann mit den Quarm, das ist wie ein Strike, ein Ark, kann man so sagen. Du kannst halt extrem viel fahren mit Holz, Steinen, alles, kannst du halt nicht mit fahren. Für Steine gibt es doch separatest Tier, das nennt man hier Krokodil. Es ist aber kein Krokodil, ähm, ja, aber da sind wir noch nicht, da sind wir noch lange nicht. Es wäre cool, wenn ich jetzt noch irgendwie eine Hygiene oder so finden würde, weil die möchte ich gerne noch haben. Ich habe wohl eine. Ähm, letzte Folge sind ja meine Schafe gestorben. Die habe ich noch, ähm, schnell neu gezähmt. Das Schafe zähmen ist ja, ist ja ein Witz. Das geht ja relativ schnell. Aber, jetzt Hygiene und so weiter, das Distortion ein bisschen. Leider habe ich jetzt auch immer nur so Low Hygiene gefunden. Aber, besser als gar nichts erstmal. Jetzt müssen wir halt warten, bis der da fertig ist. Kann noch sich um Stunden handeln. Der hat 850 Leben, 380 Stamina. Okay. 324 Gewicht, das ist schon mal cool. Gut, ich kann mich ja nochmal zurückmelden, wenn, wenn der fertig ist. Also, bis dahin. So, da sind wir wieder. Der Langehorn ist gleich fertig. Ähm, kurze Information, und zwar, um die Sattel zu bekommen, muss man Tiere zähmen. 10, um, dass man halt, die Fähigkeiten jetzt hier bekommt. Ich bin hier Stufe, äh, aktueller Rang 2 für Reiten. Du brauchst halt 3, um den Reiten zu, ne. War das 3? Hm. Warte, muss ich mal gucken. Ja, Stufe, Stufe, äh. Ich glaube, Stufe 4 war das sogar, oder? Nee, wo war denn jetzt hier? Aha. Wo hab ich die noch grad gesehen habt? Ja, nein. Warte, wo ist das? Guck, Guck. Langhorn, ja genau. Man muss halt, äh, mindestens Rang 3 haben, um das, äh, das Tier reiten zu können. Das würde ich gerne erreichen, weil dann kann ich auch meine Hyäne, die ich zu Hause habe, reiten. Und dann das Tier halt auch zum Farben halt nehmen. Boah. Sollte halt nicht gleich fertig sein. Äpfel müssten ja genug noch drin sein. Ja. Ja, sind noch genug drin. Ja, zu das Spiel zu sagen, also ich find's, äh, jetzt mittlerweile immer besser. Gut, jetzt gibt's ein paar Bugs, aber mein Gott, das ist Early-Excel, aber es ist schon relativ gut. Also, ich hab noch nicht viel gesehen, aber das, was ich gesehen hab, find ich schon sehr geil gemacht. Weh. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich habe ihn nicht unbedingt mehr ich bringe ihn erstmal nach hause schauen wir mal weiter so meine taschenümpel die taschenümpel muss ich doch wieder einmal einreißen kriegen muss ich doch noch mal aus einleißen holen weiter hier bleiben danke ich kann mich noch verbinden da mal den da den 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 können vielleicht packen wir rein, vielleicht probieren wir nicht Also ich will ja eh gleich noch jagen gehen, eh gleich noch jagen gehen, wenn ich mein Dings bisschen höher kriege, aber, äh, so, ich muss erst mal gucken, warte, Rüstung, Rüstung hergemauern, noch ruhig, denn dafür, da hab ich sogar alles drin, ne, ist das super. Das kann da erstmal rein, die Basis wird immer kleiner, irgendwie, muss man schauen, dass ich irgendwie mal umziehe, weil ich hab noch keine Ahnung wohin, das ist, hab mir noch nicht so den Kuck gemacht. So, 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 so. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018